Schade. Ich habe gedacht, so auf dem Wege... Ja, klar, dann gib mir nur einen, du Blödmann. Das schaffen wir doch nicht mal Silber. Na toll. Ja, keine Medaille, weil ich nur einen bekommen habe. Das werde ich aber außerhalb der Aufnahme nochmal probieren. Boah, das regt mich auf. Mann, goldenes Schwein. Ja, super. Eipulver, Steak, Sahne. Ja, was ist Schwein? Oh, das regt mich auf, ey. Wir waren eigentlich richtig gut in der Zeit. Und dann kriege ich beim letzten nicht zwei raus, sondern nur ein. Darf mich das Glück verlassen? Schade. So, dann können wir wenigstens schon mal die Steaks hier freischalten. Nun kommt schon wieder. Oh, gleich zwei. Tja, viel Leben ist jetzt hier nicht in der Bude. Jetzt soll mal einer verstehen, ne? Wenn du Kohle brauchst, dann startest du mit nix. Und andersrum, da hast du dann keine Ahnung, wie viele Viecher dann da auf dem Hof. Ah, das nervt mich schon so ein bisschen. Neunhundert. Yippie. Ich bin überwältigt. Ich könnte zwar noch ein Schwein dazu holen, aber was bringt das? Dadurch kriege ich ja hier auch nicht mehr raus. Oha. Bären kriege ich ganz viel. So, das sind schon mal 740. Wir nähern uns mit gewaltigen Sprüngeln. Den 5000. Oh, 12 Minuten 20. Ich sehe das schon wieder kommen. Das war nach den Schafen. Das ist ja eine geballte Ladung. 700, so, noch ein Schwein. Und wenn wir mal hier upgraden, dann kriegen wir mehr von denen. Vom Steak. Das ist natürlich jetzt jetzt hier. Vom Steak. 135, wir brauchen noch eine Kuh, wir brauchen noch eine Kuh, am besten fünf. Tja. 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 Das warten wir jetzt noch ab und dann fahren wir nochmal los. Boah, sechs Steaks. Leck mich am Arsch. 1700! Boah, das machen wir jetzt schon wieder zu schaffen. Wir haben jetzt schon fünf Minuten um. 1800. Boah, wir gehen ja hier rando. 5000 noch bis zu einer Kuh. Weil mit den Hühnern, das dürfen wir nicht machen. Weil nun, Huhn gibt ja nun gar kein Geld. Boah. Och, nö. Boah. Da war gerade ein Vieh. Komm doch mal zurück. Boah, 3700 haben wir schon. Boah, leck mich am Söckchen, du. Es sind nur 4700. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Komm. Müssen wir noch ein bisschen warten. Und jetzt 1500. Ja! Eine Kuh. Eine Kuh. Wir bekommen eine Kuh. Das heißt schon mal Milch. Die sehr selten kommen wird. Kuh! Ich will eine Kuh jetzt! So, dann produzier mal Milch, du. Kuh, du. Hey! Was soll ich denn? Scheiß! Boah, wir haben Milch. 2500. 3500. Wee! Mo! Mo! Oh, wir können sogar schon Sahne machen. Gut, hatte ich da gerade nochmal in die Richtung geguckt, ne? Ich hab gedacht, wir müssen noch 7.000 investieren. Ähm. Ja, passt ob, na. Dann machen wir das so. Dann holen wir uns jetzt hier, äh, Hühnchen. So. Dann können wir ja schon mal das Eigedön so machen. Und das ist dann perfekt. So, das können wir verkaufen und das können wir verkaufen. 3.500, das ist nämlich nochmal ne Kuh. Wichtig. Überlebens wichtig, dass wir das machen. Am besten noch ne dritte, vierte oder ne fünfte Kuh. So, und noch eine. Ja, du. Wieso kann ich den da nicht anklicken? Was soll das? So, die Hühner können wir auch gleich wieder verkaufen. Ah, ist das schön. Das wird ein paar Kühnen mehr, ne? So. Damit wird wir die Hühner so schnell wie möglich wegbekommen. So. Die Hälfte haben wir schon mal von den Hühnern. Ist dann schon mal geritzt. So, sieben von zehn haben wir schon mal. Boah, ist das schön. Ich glaube, das könnten wir sogar schaffen. Wünschenswert wäre es, ja. So. Ah, so. Na, da ist ein Vögel. Hallo. Wieso kann ich diesen blöden Vogel da jetzt nicht an... So. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. So. Meine Fresse noch. So, da machen wir aber mal eine klitzekleine Pause. Also, denn... Ich werde jetzt erst mal in Ruhe mampfen. Bis gleich. Tschüss. So, ihr Leben. Weiter machen wir jetzt. Weiter machen wir jetzt. Was ist das denn jetzt gerade für ein Satz? Es geht jetzt weiter. Ich habe jetzt gerade zwischen der Pause das hier nochmal probiert. Einer ist gut, aber zwei sind besser. Ich habe es leider nicht geschafft. War auch wieder so knapp wie bei uns. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Keine Ahnung. Wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit Level 8. Richtige Proportionen. Ja, da bin ich aber gespannt, ne? Boah, Cupcakes, Sahne, Butter, Wolle. Und dafür brauchen wir definitiv... Äh... Keine... Schweine. Die brauchen wir definitiv nicht. Hau ab. Guck mal, da springt sogar den Huhn... Äh... Ein Ei aus, so Hose. Die wollen alle zu diesem Schwein hier hin. So. Zack. 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 Und wir brauchen... Wie viele brauchen wir? 25. So. Bär verkaufen, Schwein verkaufen. Das können wir verkaufen. Sind wir 1700. 2700. So. Habe ich jetzt auch alles eingesammelt hier. Wie viele haben wir jetzt? Sechs. Sechs. Da muss ich ja nochmal... holen. Ah, wir können ja schon mal anfangen... die Cupcakes zu machen. Dann können wir auch mal ein bisschen aufrüsten. So. Dann geht das hier auch alles ein bisschen schneller. So. Cupcake können wir... Äh... Ja, Cupcake. 27 Eier ist ein bisschen übertrieben. Und ein Hühnchen. So. So. Wir haben jetzt insgesamt... Äh... 12. Äh... 12. Opa. Äh... Datei ist... Mit dem... Das sind 18. Warum ist denn mein Lager so voll? Scheinlich wegen dem... Ganzen... Ähm... Was wir hier drin haben. So. Da können wir vielleicht ein bisschen mehr raus. Schön wär's. Da ist ein Schmetterling. Unser Lager ist proppevoll. Deta掉s. Das ist interessant. 未-Ah. mél- Ich bin ein Engleired. Vamos weg. Seine 잠깐만. Herrüμέ ist. Bir abstract.